Hallo und herzlich willkommen zu der Herr der Ringe Online. Ich habe unsere legendäre Waffe hochgelevelt auf Stufe 10. Und die können wir jetzt hier dem Waffi geben, beziehungsweise wahrscheinlich dem Schmiedemeister, damit er die neu schmieden kann. Wir sprechen mal mit dem Waffi. Das habt ihr sehr gut gemacht, Tollfuß. Eure Waffe hat wirklich ein beeindruckendes Niveau erreicht. Da hat er natürlich recht. Da eure Waffe nun die 10. Stufe der Weiterentwicklung erreicht hat, kann ein Schmiedemeister sie für euch neu schmieden und dadurch ihre verborgenen Stärken und Fähigkeiten ans Licht bringen. Vielleicht birgt eure Waffe die nötig gemacht, um es mit der Kreatur aufzunehmen, die im stillen Teich lauert, Tollfuß. Damit wir sehen, ob dies der Fall ist, solltet ihr sie zum Schmiedemeister bringen, um sie neu schmieden zu lassen. Machen wir. Aktuell geht ja auch nichts weiter. Man muss hier weiter schmieden, damit man hier weiter aufsteigen kann. Und wir werden hier eine neue Eigenschaft dann bekommen, durch das Neuschmieden. So, die identifizieren hier die Teile. Wir machen das alles ganz zum Schluss. Wir machen das erstmal mit unserer Hauptwaffe durch, damit wir hier keinen Zwirbel reinbringen in das Tutorial für die legendären Waffen. Und sobald das abgeschlossen ist, sobald wir den Wächter besiegt haben, kümmern wir uns um unsere neuen Waffen. So, Neuschmieden. Schwert, okay. Umbenennen können wir es noch. Tollfuß ist es. Zahnstocher. Zahnstocher. Heißt das Ganze jetzt? Wir können uns die Punkte, die wir schon ausgegeben haben, die können wir uns wieder erstatten lassen, um die zum Beispiel neu zu vergeben. Das ist bei uns jetzt eigentlich nicht relevant. Wir machen es trotzdem. Passt schon. Und dann für 5 Silber neu schmieden. So, jetzt können wir wählen zwischen 2 Eigenschaften. 2 neuen Eigenschaften. Schaden für den König erhöht oder Dauer von Kriegerherz Standhaftigkeit. Für den König. Schaden für den König. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt Schaden für den König habe. Ich glaube, das ist sogar eine legendäre Eigenschaft. Aber wir haben das nicht. Jedenfalls nicht, dass ich das jetzt hier gleich finden würde. Vielleicht ist es auch für einen anderen Weg. Wir wählen Kriegerherz hier oben für unser Kriegerherz. Außerdem, man hat es gesehen, war das andere Bronze. Das hier ist Silber. Also Silber ein bisschen besser wie Bronze. Gut, damit haben wir eine neue Eigenschaft und können hier quasi wieder Punkte investieren. So denn wir denn auch wollen. Das ist es, Tollfuß. Durch das Neuschmied eurer Waffe ist offensichtlich geworden, dass sie tatsächlich von exzellenter Qualität ist. Ihr müsst sofort nach Hulsten zurückkehren und Radwald, dem Zwerg am zerstörten Torbogen, unweit von Ichatunan zeigen, dass sie eine großartige Waffe besitzt. Das wird den Zwergen seiner Gruppe sicherlich Hoffnung verleihen. Macht euch sofort auf den Weg. Kassadum, erwartet euch. Wir sind kurz vorm Ende, Mensch. Jetzt schnell. Wir haben noch eine Quest offen, die jetzt nicht unbedingt was mit Modia zu tun hatte. Das war Handwerker, oder? Handwerksgilde, die hier. Ich lege mir die mal hier rein. Ich habe noch nicht nahe geschaut, woher ich dieses Rezept bekomme. Ich überlege gerade, ich habe ja immer nach dem Wappen gesucht, aber das ist ja die Belohnung. 50.000 Punkte für die Schmiedegilde? Wow. Führt das Rezept für den Kettenringpanzer mit Gildenmuster aus? Dann habe ich... Oh, ich habe nach dem Falschen gesucht. Echt jetzt? Ketten... Ah, ist auch nichts. Ringpanzer. Kettenringpanzer mit Gildenmuster. Wir schauen noch mal kurz hierher. Können bei Händlern für verbesserte Rezepte erworben werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woher ich den Kettenringpanzer mit Gildenmuster wo ich den herbekomme. Gilden. Komische Fall, sie findet ja hier auch gar nichts mit Gilde. Müsste ja eigentlich Schmiedegilde zum Beispiel finden. Schmiedegilde. Ah, okay. Das ist ja nur die Gruppe. So heißt leider das Rezept nicht. Das ist ja die Gruppe Schmiedegilde, aber das Rezept heißt großes Wappen. Er sucht nicht nach Kategorien, leider. Aber wenigstens irgendwie unter, keine Ahnung, Ringpanzer oder so. Da gibt es nichts. Ich fürchte, ich muss mir irgendwoher noch das Rezept holen. Aber wir haben sowohl hier als auch in der Schmiedegilde schon mal geschaut, ob wir noch offene Rezepte haben. Wir schließen erstmal die Quest ab in Echadun, beziehungsweise dann in Moria. Und dann werde ich in den Zwischenfolgen nochmal nachschauen, wo ich den Kettenringpanzer herbekomme, beziehungsweise das Rezept. Moment, da stand jetzt gerade irgendwas mit Stufenaufstieg aus. Das ist, äh, das liegt daran, weil der Gegenstand nicht ausgerüstet ist, oder? Nee. Jetzt ist er ausgerüstet. Alter, es ist schon so lange her. Ich weiß es nicht mehr. Wieso ist jetzt das hier aus? Steht hier Stufenausstieg, Aufstieg aus? Wir werden mal die Punkte investieren jetzt hier. Erstmal die Schaden pro Sekunde hochsetzen. Und dann kritische Treffer über Mannen, Wächterschild. Wir nehmen mal Wächterschild. Haben noch drei Punkte übrig, die wir leider nicht mehr investieren können. Ah, jetzt ist es weg, komischerweise. Na gut. Sei es drum, es ist fantastisches Wetter jetzt hier. Wunderschön. Aber in der Instanz herrscht ja sowieso eigenes Wetter. Deswegen ist es da egal, ob es jetzt regnet oder nicht. Da seid ihr ja wieder, Tollfuß. Hält ihr diese Waffe aus der altvorderen Zeit, was ihr euch davon versprochen habt? Oder war eure Suche erfolglos? Radwalzaugen weiten sich vor Überraschung. In euren Händen ist diese Waffe sogar noch mächtiger geworden, Tollfuß. Nun sind wir stark genug, um der schrecklichen Kreatur in diesem stinkenden Teich gegenüber zu treten. Es könnte diese Waffe sein, die wir brauchen, um den Wächter im Wasser zu vertreiben, Tollfuß, und es den Zwergen zu ermöglichen, Moria zu betreten. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid. Dann bringe ich euch zu Bosi und Brogur. Sie werden froh sein, dass es endlich wieder Hoffnung gibt. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Seid ihr bereit? Ich bringe euch zu Bosi, damit er die mächtige Waffe sieht, die aus hoher Zeiten zu uns zurückgekehrt ist. Sie könnte uns den Vorteil verschaffen, den wir brauchen, um uns an dem Wächter im Wasser für den Tod, Brogurz und die anderen Leben zu rächen, die er seit jenem Tag auf dem Gewissen hat. Moment mal eben. Wir haben ja auch noch den Bingo, eine Aufgabe, offen. Ich will mir die rauslegen, weil ich die sonst wieder noch vergesse. Ach, die ist schon hier draußen. In die wilde Dunkelheit. Ah, dafür müssen wir aber erstmal die Mauern von Moria komplett abschließen. Okay, los geht's. Die Kreatur, die die Zwerge den Wächter im Wasser nennen, ist gar grausam. Ein uraltes Übel. Herbeigerufen vom dunklen Herrscher. Vielleicht weist die Kraft der Legende einen Weg am Schrecken vorbei. Ein uraltes Übel. Die niederträchtige Kreatur, die uns aus der Tiefe des Teiches beobachtet, wird den scharfen Biss eurer Waffe spüren und von Furcht befallen werden. Geht und lehrt sie eine Lektion, die sie nicht vergessen wird. Nicht nur für Kasatum, sondern auch im Andenken an Broin, der von dieser grausamen Kreatur getötet wurde. Mein Neffe hätte ein besseres Schicksal verdient gehabt, als in den Fängen dieses Wesens zu sterben. Wenn ihr die Kreatur getötet oder vertrieben habt, können wir ungehindert nach Moria hinein. Einer mehren der Zwerge ist vorausgegangen, um nach der Bestie Ausschau zu halten. Sucht ihn auf und seid wachsam. Machen wir. So, was bekommen wir für unser silbernes Geschenk? Zeichenerwerb. Wunderbar. Oh, da sind wir schon. Das hat sich ja sehr gelohnt. Diese Hallen werden wieder in alter Pracht erstrahlen. Das sind kleine Wellen auf dem Wasser, aber ich kann die Kreatur nicht sehen. Seid wachsam, denn sie könnte ohne Vorwarnung angreifen, was auch dem unglücklichen Broin zum Verhängnis geworden ist. Oh, jetzt kommt er. Da ist er. Oh, oh mein Gott. Da hat er jetzt aber hier ordentlich den hier schön hier auf die, auf den Boden geklatscht hier. Meine Güte. So, das war ja einfach. Sehr einfach. So. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind echt in diese grün-schwarze Super hier reinlaufen. Damit wir hier angreifen können. Ich werde mich nicht mehr länger meiner Trauer ergeben, Tollfuß. Nein, ich werde meinen Sohn im Kampf verrechen. Der Brogu ist das. Und wehe der Kreatur, die ihn mir genommen hat. Hallo? Offenbar ist die Kreatur tot. Nein, da ist sie nochmal. Ich bin aber auch irgendwie der Einzige, der hier reinschwimmt. Wie oft denn noch? Wir haben es geschafft, Tollfuß. Wir haben den Wächter von den Türen von Durin verjagt. Und nun können die Zwerge unserer Expedition in den Minen von Modia vordringen. Die Waffen, die wir fanden, erwiesen sich als der entscheidende Vorteil. Ja, auch meine Zwerge haben sich ausgerüstet. Und die Kreatur hat erfahren, dass man die eiserne Garnison fürchten muss. Ihr habt auch meinen Neffen Broin gerecht. Und alle Zwerge, die ihr Leben durch diese Kreatur verloren haben. Sie zieht sich jetzt durch finstere Gänge zurück. Mögen ihre grässlichen, sich windenden Arme uns nie wieder Sorgen machen. Ich kann euch gar nicht genug hierfür danken, Tollfuß. Ihr habt nicht nur die Kreatur vertrieben, die uns von Modia fern gehalten hat, sondern auch meinen Sohn gerecht. Ich werde niemals vergessen, welchen großen Dienst ihr mir erwiesen habt. Ich werde immer in eurer Schuld stehen und euch zu Diensten sein. Broin sprach oft vom Kampf und von großen Heldentaten. Euer Kampf gegen den schrecklichen Wächter hätte ihn wahrlich in Bewunderung versetzt. Wir müssen zurückkehren und den Rest der Expedition von euren Taten berichten. Okay, ja, machen wir gleich. Die übrigen Zwerge sind nun nach Moria gegangen, um dort ihr Glück zu suchen, Tollfuß. Das haben wir euch zu verdanken. Wir bekommen Erkunder der Tiefen, ein Titel. Ihr habt euer Können vor den Türen von Durin bewiesen und könnt jetzt die uralten Hallen Morias erforschen. Ach, wie andächtig. Ich freue mich. Wir treten in ein neues Kapitel hier in Herr der Ringe Online über. Erkunde der Tiefer der Tiefen. Und wir bekommen noch einen Helm. Entweder, ich ziehe mal eben wieder meinen Mantel aus. Damit wir den auch sehen. Okay. Der Vermeider, eine mittlere Rüstung. Schwere Rüstung. Oh, der sieht gar nicht mal schlecht aus. Oder Flüchtiger des Wachtmeisters. Auch mittlere Rüstung. Wir nehmen natürlich die schwere Rüstung. Wobei, er ist leider nicht gut genug. Schade, er ist nicht gut genug. Ganz ehrlich, ich würde ihn aber als Zielwerk jetzt anziehen. Ich würde ihn gern als Zielwerk anziehen. Ohne Mantel, nur mit Helm. Weil der ist schon ziemlich gut. Der ist auf alle Fälle schöner wie hier unser Stierkopf. Aber von den Werten her passt er halt leider nicht. Na gut, wir nehmen den mal. Jetzt beenden. Tulk wartet hinter die Türen von Durin, um mit euch zu sprechen. Ihr erinnert euch doch an ihn, oder? Er ist froh, dass ihr der Expedition so gute Dienste geleistet habt und wird gern erneut mit euch sprechen. Und so geschah es, dass die eiserne Garnison die Türen von Durin durchschritt und die Finsternis Morias betrat. Doch sie waren nicht die Ersten, die sich in die Mühlen wagen. Noch werden sie die Letzten sein. Und so geschah es, dass die Türen von Durin durchschritt und die Türen von Durin durchschritt. Und so geschah es, dass die Türen von Durin durchschritt und die Türen von Durin durchschritt und die Türen von Durin durchschritt. Die Türen sind automatisch hier hoch teleportiert. Die Steine sind weg, der Weg ist geöffnet hier hoch. Wir gehen nochmal kurz hier rein. Erkunde der Tiefen haben wir uns schon angeschaut. Ja, und jetzt stehen wir vor den Toren von den Minen von Moria. Jetzt ist die Frage, wenn wir reingehen, wir werden natürlich jetzt gleich mal reingehen noch, vor dem Staffelende. Okay, dann ist hier drinnen nochmal ein kurzer Vorbereich, wo man auch Quests macht. Ich bin geneigt, diese Quests noch zu machen, damit wir bis... Damit wir vielleicht bis zu, ich glaube in der Großbinge war das, bis nach Delftblick kommen. Das würde ich gerne noch machen. Hier ist der Vorbereich. Ich glaube, hier musst du dann noch ein paar Quests machen. Dann wirst du rüber geschickt Richtung Delftblick. Und in Delftblick würde ich dann die Staffel erstmal beenden. Genau, sprecht mit Tulk, fügt das Rezept, blablabla, schließt Band 2, Buch 1. Haben wir das jetzt abgeschlossen schon? Band 2, Buch 1 ist noch nicht abgeschlossen. Ne, wir müssen noch mit Tulk sprechen. Also, wir betreten die Mauern von Moria. Ah, das ist immer ein ganz besonderer Moment, muss ich jetzt schon mal sagen. Oh, jetzt hält er schon wieder inne und geht nicht rein. Was ist denn los mit dem? Es ist halt trotzdem, es ist ein besonderer Moment, weil die Minen von Moria ein richtig geiles Add-on waren. Oder ein richtig geiles Add-on immer noch ist. Und da haben sie sich meiner Meinung nach selbst übertroffen, als sie das gemacht haben. Und meiner Meinung nach neben dem Auenland die coolste und schönste Umgebung. Auch wenn es sehr verwirrend ist drinnen, auch wenn die Kartennavigation nicht wirklich funktioniert, weil alles drunter und drüber liegt in unterschiedlichen Ebenen. Aber es ist einfach so toll. Es ist so, so, so toll. Leider hat es jetzt ein schlechtes Wetter. Wobei, eigentlich ist es auch ganz gut. Dann müssen wir nicht mehr länger hier draußen stehen. Wir gehen rein in die Minen von Moria. Dann, dann, dann. Eine neue Tat findet Durins Schwelle. Okay, also das ist die Expedition. Ich glaube, aktuell, wenn man die Quest noch nicht gemacht hat, ich glaube, da kann man auch gar nicht weiter Richtung Delft-Blick. Deswegen ist man gezwungen, dass man hier weitermacht. Ah, guck dir das an. Wie schön groß und prächtig das hier alles ist. Und die Musik. Guck auf, die hört man. Ich habe sie sehr leise eingestellt. Ah, ich liebe es. Die Musik im Moria ist so fantastisch. So, erstmal zum Stallmeister. Ich schalte mal die Namen ein, damit wir die Leute hier kennenlernen. Oh, wir können doch direkt nach Delft-Blick jetzt gleich reisen. Machen wir natürlich nicht. Wir haben hier den Vorratshändler. Können wir dir was verkaufen? Was wir machen ist... Jetzt passen wir auf. Was wir machen ist, wir rüsten erst noch kurz den Helm aus. Jetzt habe ich hier Zeichen erwerbt genommen, oder? Eine Stunde, 30 Minuten mehr Zeichen. Allerdings machen wir aktuell keine Zeichen. Und das Lied, das ihr aktuell gerade hört, ist meiner Meinung nach das schönste Lied in diesem Moria-Soundtrack. So, also den Kapuzenumhang der Gasthaus-Liga, den können wir eigentlich rausschmeißen. Weil sobald wir den aktivieren, wird ja unser Helm wieder nicht angezeigt. Deswegen werden wir jetzt hier mit unserem fantastischen Spitzhelm herumlaufen. Markstein setzen. Ich lasse mal Echert Dunern auch noch drinnen. Und dann, nur für den Fall, dass wir nochmal raus müssen für Bingo, die große Halle, Torinshalle, Trollhöhen, Bruchtal. Ich glaube, Bruchtal schmeiße ich raus. Wir schmeißen mal Bruchtal raus. Wer braucht schon die Elben? Nein? Oh, oder wir kaufen uns einfach nochmal ein. Und sind heute ganz dekadent. Ich habe noch 7000 Punkte. Okay, komm. Wie viele gibt es hier eigentlich so Marksteinfertigkeiten? Jede Menge 16 Stück, oder? Nee, 5. Was habe ich denn? Habe ich jetzt den letzten gekauft? 8. 9. 10. 11. 11, offenbar. Ich weiß nicht, wie so 5 und 6 hier noch ist. Na gut. Hm. So, dann machen wir das so. Und dann brauche ich mir keine Gedanken machen, dass wir etwas überschreiben. Den Helm können wir dann auch verkaufen. So. Also, wir sprechen mal mit dem Tulk. Kasatum wartet. Kasatum. Toll, Fugus. Ich grüße euch. Wir haben es geschafft. Wir sind in Kasatum. In den Lagern, die wir hier aufbauen, gibt es eine Menge zu tun. Ihr könnt uns bei der großen Aufgabe helfen, die vor uns liegt. Busi hat mich gebeten, euch für eure Führungskraft vor den Türen zu belohnen. Er nehmt dies als Dank von ihm und der gesamten Eisernen Garnison. Macht natürlich Sinn, dass wir uns was hier, den Gürtel des Wächters zum Beispiel, holen. Das zweite Ausrüstung, den zweiten Ausrüstungsgegenstand. Die Zwerge werden absiegen. Eine neue Tat. Beendet Buch 1 von die Minen von Moria. Sehr gut. Hier und an anderen Stellen in den Minen gibt es noch viel zu tun. Das war ein bedeutender Sieg für die Eisernen Garnison, doch stellt er nur den Anfang unserer Mühen unter den Bergen dar. Ihr müsst unserem Volk hier in Dunins Schwelle und in anderen Lagern helfen, wenn wir in Kasatum siegreich sein wollen. Wenn ihr einige Aufgaben hier in Dunins Schwelle erledigt habt, solltet ihr den Delftblick und den tiefen Abgrund besuchen. Sprecht mit Bent Adlerauge im Delftblick östlich von hier und mit Stilling im tiefen Abgrund in den Silberzinnadern. Sie werden euch sagen, wie ihr der Eisernen Garnison helfen könnt. Also er schickt uns weiter nach Delftblick. Und die Silberzinnadern sind hier unten. Aber erstmal, hier ist noch eine Aufgabe. Zwei sind hier. Da drüben ist auch noch einer. Willkommen zurück in Moria Tollwus. Ihr seid zu einer... Ja. Ihr seid zu einer bedeutenden Zeit zu uns gestoßen. Ich bin der Meister der Expeditionsgruppe hier in Dunins Schwelle. Die anderen Expeditionsgruppen sind bereits weiter in die Tiefen von Kasatum vorgedrungen. In Hoffnung, mehr über Balins Expedition vor vielen Jahren und dessen Schicksal zu erfahren. Meine Zwerggefährten haben es aus verschiedenen Gründen nicht leicht, sich einzuleben. Wenn ihr ihnen dabei behilflich sein könntet, wäre ich euch äußerst verbunden. Wir helfen den Leuten natürlich hier. Wir werden vor niemandem weichen. Hallo, ihr seht nicht zufällig, dass sich etwas in meinem Bett bewegt. In letzter Zeit schlafe ich unruhig, weil ich das Gefühl habe, dass etwas über meine Haut krabbelt. Ich weigere mich, in dieses Bett zu steigen, solange ich nicht sicher sein kann, dass ich darin allein bin. Seht ihr für mich nach, Tollwus? Ich wage es nicht, die Laken anzufassen. Das ist eine fantastische Aufgabe. Die erledigen wir mit Bravour natürlich. Ach, Bettwanzen. Ich hatte einmal Bettwanzen im Urlaub. Ohne Scheiß, das empfehle ich niemandem. Das Bettwanzen sind einfach nur grausig. Wirklich, wirklich nur grausig. Klein, aber grausig. Ja, das ist unerträglich. Insekten, die genau da herumkrabbeln, wo ich meinen Kopf betten will. Inakzeptabel. Es ist nicht auszuhalten, das sage ich euch. Wo kommen diese abscheulichen kleinen Dinger her? Kaum sind wir eine Tag hier, leiden wir schon unter einer Insektenplage. Ich glaube, ich muss mich jetzt erst einmal gründlich waschen. Fun Fact. Bettwanzen kommen nicht durch Unsauberkeit, sondern die können einfach so kommen. Also es muss nicht unbedingt dreckig sein, in einem Zimmer da mit Bettwanzen kommen. So, hier ist nichts. Hier drüben sind noch Aufgaben. Da unten, das wird der mit Bingo sein. Hier ist noch einer der Rathulf. Aber, den machen wir erst in der nächsten Folge. Werden hier noch ein bisschen rumlaufen. Werden dann auch noch unsere ganzen... Wahrscheinlich verbrauche ich da sowieso eine komplette Folge. Werden wir uns dann für eine entsprechende Waffe entscheiden. Und dann war es das mit der Staffel. Aber ich denke mal so, ja, ein, zwei Folgen. Je nachdem, wie aufwendig diese Aufgaben hier drinnen noch sind. Werden wir bestimmt hier noch machen. Macht's gut und bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020